Ja, schönen guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Vortrag Lehrkompetenzen für die digitale Hochschule. Mein Name ist Michael Eichhorn und ich sollte jetzt eigentlich bei Ihnen an der FU Berlin in einem Vortragssaal stehen im Rahmen der Uni Digital Tagung. Stattdessen stehe ich hier in einem Videostudio an der Goethe-Universität in Frankfurt bei Studium Digitale der zentralen E-Learning Einrichtung. In Zeiten der Corona-Krise ist eben alles ein bisschen anders. Und Sie sehen ja, das Thema digitale Hochschule ist sehr aktuell an dieser Stelle und es kann manchmal sehr schnell gehen, wie so eine Hochschule plötzlich auch gezwungenermaßen digital wird. Ja, ich arbeite als Mediendidaktiker hier bei Studium Digitale und Bildungswissenschaftler und berate und qualifiziere in erster Linie Lehrende an der Goethe-Universität, aber auch an anderen Hochschulen und Universitäten. Und ja, beschäftige mich eben mit Fragen des Einsatzes digitaler Medien in der Lehre. Und daher liegt der Fokus in meinem Vortrag heute auch auf den Lehrenden, auf den Hochschullehrenden und ihren digitalen Kompetenzen. Ich habe Ihnen mal zwei prototypische Exemplare mitgebracht. So stellt sich Matthias Seifert von der Zeit eben den typischen Professor beziehungsweise die typische Professorin vor. Und um die Personen soll es eben heute gehen um die Lehrenden und deren digitale Kompetenzen. Ja, in den nächsten Minuten möchte ich deswegen mit Ihnen der Frage mal nachgehen, welche digitalen Kompetenzen Hochschullehrende denn eigentlich brauchen und wie sich diese vor allem auch erfassen und sichtbar machen lassen. Dazu haben wir an der Uni Frankfurt ein Kompetenzmodell erarbeitet, was ich Ihnen heute mal vorstellen möchte. Und aus diesem Modell ist ein Kompetenzraster mit einem dazugehörigen Fragebogen entstanden, mit dem diese Kompetenzen auch erfassbar gemacht werden. Und dieses Modell und den Fragebogen und den Weg dorthin, den möchte ich Ihnen heute vorstellen und eben auch von ersten Erfahrungen berichten, die wir mit dem Einsatz dieses Instruments gemacht haben. Ja, zunächst stellt sich dann natürlich auch die Frage, ja brauche ich das denn wirklich, digitale Kompetenzen? Angesichts der Corona-Krise ist das mehr denn jene rhetorische Frage, schon klar, aber das war es zumindest meiner Meinung nach auch schon vor der Corona-Krise und bevor ich hier in einem Videostudio statt wirklich in einem Vortragssaal vor Ihnen stehe. Diese Frage kann meines Erachtens nur rhetorisch gemeint sein, denn wenn wir uns mal die Aufgaben und den Zweck von Hochschulbildung ganz genuin mal anschauen, dann lassen sich da so drei Facetten feststellen. Zum einen eben diese fachwissenschaftliche Qualifizierung für die Hochschule und Universität ja nicht zuletzt auch da ist. Das heißt, Hochschullehrende müssen eben in erster Linie auch gute Wissenschaftlerinnen, gute ForscherInnen sein, Profis in ihrem Fach. Und ja, damit ist natürlich die Frage verbunden, geht das heute eigentlich noch analog oder ist sozusagen auch die ForscherInnen-Tätigkeit ein Stück weit auch schon gar nicht mehr anders als digital denkbar. Und dieses Fachwissen, dieses Professionswissen muss natürlich an Studierende weitergegeben werden, was uns wieder zu Fragen der Lehre bringt. Ja, neben dieser fachwissenschaftlichen Qualifizierung geht es im Rahmen der Hochschullehre an den Universitäten und Hochschulen eben auch um das Thema Arbeitsmarktvorbereitung. Nicht zuletzt dafür ist akademische Ausbildung eben auch da. Das heißt, Absolventinnen und Absolventen sollen vorbereitet werden auf Berufe, auf das Arbeiten, Leben, Agieren, Handeln in einer digitalisierten Welt. Manche sagen auch in einer mittlerweile postdigitalen Welt. Ja, all das gehört zu den Aufgaben von Hochschullehrenden eben dazu. Kommt noch eine dritte Facette hinzu, das ganze Thema Persönlichkeitsbildung. Das heißt, Lehrende sollten Studierende eben auch in die Lage versetzen, gesellschaftliche Prozesse, in dem Fall eben Prozesse, die mit diesem ganzen Thema der digitalen Transformation einhergehen, eben auch kritisch reflektieren und nicht zuletzt auch mitgestalten zu können. Sie sehen die Frage, brauche ich das wirklich? Brauche ich das denn? Tatsächlich kann nicht anders als rhetorisch verstanden werden. Ja, digitale Kompetenzen brauchen wir also tatsächlich und ohne digitale Medien scheint es wirklich nicht mehr zu gehen. Diese Erkenntnis haben wir hier an der Goethe-Universität auch in ein Leitbild gegossen. Das hat sich die Universität vor einigen Monaten schon gegeben in einem breit angelegten Prozess, in dem verschiedene Statusgruppen unter anderem eben auch Studierende und Lehrende aus allen Fachdisziplinen eingebunden waren. Und in diesem Leitbild Digitale Lehre ist ein recht interessanter Fakt drin. Da werden eben Lehrende definiert mit ihren Aufgaben als Vorbilder, die eben verantwortlich sind, sowohl für den fachlichen als eben auch für den digitalen Kompetenzerwerb ihrer Studierenden. Ja, das ist ein hehres Ziel und damit verbunden ist natürlich die Frage, können Lehrende denn das überhaupt leisten? Und wenn sie das denn leisten können, was brauchen sie dafür, um das umsetzen zu können? Zur Einordnung habe ich hier noch mal eine Folie mitgebracht, die die Ergebnisse einer Delphi-Studie des MMB-Instituts wiedergibt. Die ist schon etwas älter, aber ich glaube immer noch recht aussagekräftig. 2016 hat das MMB-Institut da Bildungsakteure, Bildungsexpertinnen und Experten befragt nach den größten Herausforderungen für Handelnde im Bildungswesen in den unterschiedlichen Bereichen, Schule, Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung und gefragt ja, wo sehen sie denn so in den nächsten zehn Jahren die größten Herausforderungen, die sich Akteurinnen und Akteuren im Bildungssystem stellen. Und wir sehen schon, wenn das eher grün dargestellt ist hier in der Grafik, dann wird das von den Expertinnen und Experten eher als eine geringe Herausforderung eingeschätzt. Und je mehr das dann sozusagen in diesen gelben und orange-roten Bereich reingeht, dann wird die Herausforderung eben immer größer. Ja, wir sehen schon, die technische Ausstattung der Lernenden, auch der Institutionen und so weiter wird, insbesondere im Bereich Hochschule, gar nicht so als das entscheidende Kriterium angesehen. Das ist eher eine geringe Herausforderung. Da sind die Hochschulen und Universitäten schon recht gut ausgestattet. Auch was die finanziellen Mittel geht, insbesondere an den Hochschulen, wird das nicht als das Hauptproblem gesehen. Kritischer wird es natürlich, wenn man in diesen Bereich der digitalen Kompetenzen der Lehrenden eben reingeht. Da ist sozusagen quer über alle Bildungssektoren hinweg die einhellige Meinung bei den befragten Expertinnen und Experten, dass das eben tatsächlich eine große Herausforderung ist. Ja, und wenn dem aber so ist, dann ist natürlich die Frage damit verbunden, wie sollen denn diese digitalen Kompetenzen eigentlich erworben werden? Sind denn Lehrende auf diese Aufgabe in einer digitalen Welt eigentlich vorbereitet und was brauchen sie? Jetzt war immer recht viel von digitalen Kompetenzen die Rede. Ich habe den Begriff sozusagen immer wieder einfach verwendet, ohne ihn groß einzuführen. Das würde ich jetzt gerne nachholen. Was versteht man denn eigentlich unter digitalen Kompetenzen, wenn wir mit diesem Begriff arbeiten? Was ist damit gemeint? Was sollte man denn da eigentlich wissen und können? Und wenn wir uns diesem Begriff nähern, dann kommt man schnell zu dem Konzept der Medienkompetenz, was in der Vergangenheit recht einflussreich war. Das geht zurück eben auf Dieter Barke und er verstand Medienkompetenz als eine Kompetenz, die gar nicht unbedingt nur Lehrende betraf, sondern er hatte eher die gesamte Gesellschaft. Also keine speziellen Berufsgruppen im Sinn, sondern letztendlich die mündige Bürgerin, den mündigen Bürger, der sozusagen medienkompetent werden sollte in diesem Sinn. Damals ging es auch eher noch um klassische analoge Medien und das Internet und das World Wide Web wurden da sozusagen noch nicht mitgedacht, zumindest nicht so explizit. Das Ganze steckte noch in den Kinderschuhen. Ja, heute sind digitale Medien eben letztendlich so weit verbreitet, dass man sozusagen davon sprechen kann, dass es gar keine anderen Medien so mehr gibt. Alles, was sozusagen medial vermittelt wird, ist in den allermeisten Fällen eben digital vermittelt. Deswegen spreche ich in dem Zusammenhang eigentlich sehr gerne von digitalen Kompetenzen. Ja, Barke hatte sein Konzept der Medienkompetenz eben unterteilt in vier Bereiche. Zum einen eben in den Bereich der Medienkunde, das heißt das Wissen über Medien, über deren Wirkweisen und auch wirtschaftliche und technische Hintergründe und Zusammenhänge. In diesem Bereich sollte man sozusagen medienkompetent sein, wissen wie Medien funktionieren, auch als wirtschaftliche Einheiten, aber auch sozusagen im technischen Sinne. Ja, der zweite Bereich ist die Mediennutzung, das heißt tatsächlich die Bedienung von Medien zur Informationsbeschaffung, zur Kommunikation, aber auch schon die geeignete Auswahl von Medien gehörte in diesem Bereich der Mediennutzung mit rein. All das fiel unter diese Kompetenzfacette. Ja, davon abgegrenzt war dann nochmal die Mediengestaltung. Mediengestaltung ist eben doch mehr als Mediennutzung, sondern Mediengestaltung implizierte, man sollte vom Konsumenten tatsächlich zum Produzenten werden, eigene Medienprodukte erstellen und sich selbst ausdrücken und ein kommunikatives Ziel verfolgen und eben auch erreichen durch den Einsatz von Medien. Die letzte Facette, die Medienkritik, zielte dann nochmal darauf ab, tatsächlich so einen kritisch reflexiven Blick auf Medien zu bekommen, auf die Wirkung von Medien, insbesondere eben auch auf diese ganze Facette der digital beziehungsweise medial vermittelten Kommunikation, aber eben nicht zuletzt auch auf das eigene Mediennutzungsverhalten. All das sollte man sozusagen mit so einem kritischen Blick betrachten und sozusagen so das eigene Medienhandeln darüber auch nochmal reflektieren. Dieses Konzept der Medienkompetenz ist eben auch in dem Bereich der digitalen Kompetenzen, scheint das wieder auf. Ich habe Ihnen hier mal eine Definition von Ferrari mitgebracht, die sozusagen digitale Kompetenzen eben als Set of Knowledge, Skills and Attitudes bezeichnet, die ja required when using ICT and digital media. Ja, wenn Sie das mal sich anschauen, dann sehen Sie, dass diese digitale Kompetenz auf dem Kompetenzbegriff von Weinhardt und Klima eben Aufbau, diese klassische Kompetenzdefinition, die Kompetenzen eben definiert als Fähigkeit zum Problemlösen, die Bereitschaft dazu, so ein Problem zu lösen und eben auch diese Fähigkeit, in variablen Situationen diese Kompetenz anwendbar zu haben. Das ist immer wieder anschlussfähig an diesen Medienkompetenzbegriff von Barke, den ich Ihnen gerade versucht habe, ein bisschen näher zu bringen, indem es hier eben von Knowledge, das Wissen über Medien, was so in diesem Begriff der Medienkunde so ein bisschen drinsteckt, die Skills, der Umgang mit Medien, die Mediennutzung und auch die Attitudes, also diese Einstellung, die kritisch-reflexive Haltung, all das scheint hier sozusagen wieder durch, was bei Barke in dieser Medienkritik schon mitschwang. All das finden wir hier wieder und insofern finde ich diese Definition von digitaler Kompetenz eigentlich recht treffend. Mit diesem Kompetenzbegriff haben wir bei der Entwicklung dieses Modells auch weitergearbeitet. Nun beschreibt diese Definition hier eben ein ganzes Bündel von Teilkompetenzen, die alle Bürgerinnen in irgendeiner Form brauchen. Auch das haben wir vorhin bei Barke schon gesehen. Es geht da gar nicht um eine bestimmte Berufsgruppe und deswegen ist es sinnvoll, vielleicht an dieser Stelle nochmal auf das akademische Tagesgeschäft mal kurz rauf zu gucken, weil wir hatten natürlich tatsächlich eine gewisse, eine bestimmte Berufsgruppe im Blick eben die Lehrenden an einer Universität oder Hochschule. Ja, was genau sollte dann eben diese digitale, diese akademische digitale Kompetenz ausmachen? Akademische Tätigkeiten bewegen sich im Wesentlichen eben auf drei Bereichen. Zum einen ist es natürlich die Forschung. Ich hatte schon gesagt, ja, Hochschullehrende sind Forscherinnen und Forscher sehr oft in erster Linie, manchmal zum Leidwesen der Hochschullehre. Aber das ist eben so ein sehr, sehr wichtiges Feld der akademischen Arbeit, ist eben die Forschung und das wissenschaftliche Arbeiten. Aber daneben gibt es eben auch noch das Feld der Lehre. Die Hochschullehre ist sozusagen der zweite wichtige Punkt und als dritte Facette eben diese akademische Selbstverwaltung, die Mitarbeit in Gremien sozusagen, diese Selbstorganisation, die an Unis und Hochschulen sozusagen auch den Alltag ein Stück weit mitbestimmt. All diese drei Facetten zusammengedacht ergeben dann sozusagen so diese akademischen Arbeitsfelder. In Klammern sind dann nochmal die Bereiche dargestellt, wie das Ganze sozusagen auf den Blickwinkel der Studierenden nochmal heben. All das lässt sich eben auch aus Studierendensicht betrachten. Und das ist für die Anwendung unseres Kompetenzmodells recht hilfreich. Ja, ausgehend von diesen akademischen Arbeitsfeldern und diesem klassischen Medienkompetenzansatz haben wir schließlich acht Facetten digitaler Kompetenzen identifiziert, die ich auf der Folie hier mal dargestellt habe. Und die lassen sich eben wie folgt aufdröseln. Das geht eben los bei dieser klassischen IT-Kompetenz oder ICT-Literacy, also das Bedienen und Anwenden von Medien, Tools, Werkzeugen. Auf diesem Bereich sollte ich dann eben Kompetenz sein. Informationskompetenz ist eine weitere Facette, die da gleich in der Nähe steht, wird heute oft so als Data Literacy eben auch bezeichnet. Also die Fähigkeit sozusagen, sich Informationen zu besorgen, zu beschaffen, diese einordnen zu können, all das fällt unter diesen Bereich der Informationskompetenz hinein. Ja, Analyse und Reflexion ist eine weitere Facette, die wir mit aufgenommen haben und als einen wichtigen Bereich digitaler Kompetenz verstehen. An der Stelle geht wieder auf diesen Ansatz von Barke zurück, dieses medienkritische, dass man sozusagen sowohl sein eigenes Mediennutzungsverhalten kritisch betrachtet und hinterfragt, als sozusagen auch die Wirkweise, sowohl technisch als auch wirtschaftliche Mechanismen von digitalen Medien. Das ist etwas, was in anderen Ansätzen, die auch versuchen, digitale Kompetenzen zu beschreiben, so ein bisschen untergeht. Deswegen war uns das recht wichtig, das hier sozusagen mit aufzunehmen. Ja, digital produzieren, das ist eben so diese klassische Medienproduktion, wie sie auch im Medienkompetenzkonzept von Barke schon mit aufgeführt war. All das ist eben auch wichtig, sozusagen nicht nur Medien nutzen zu können, aus so einer Konsumentenperspektive heraus, sondern tatsächlich eben auch produktiv zu werden und eigene digitale Medienprodukte erstellen zu können. Ja, Kommunikation und Kollaboration ist ein essentieller Bestandteil geistiger Arbeit, wissenschaftlicher Arbeit, letztendlich auch. All das digital vermittelt, setzt eben auch Kompetenzen voraus, die in dieser Facette zusammengefasst worden sind. Ja, und drei Dimensionen bleiben jetzt noch übrig, die eben speziell auf diese akademischen Handlungsfelder so ein bisschen abzielen, speziell eben für die Hochschullehrenden gedacht sind. Das ist einmal eben die digitale Lehre, klar, sozusagen den kompetenten Einsatz digitaler Medien in Lehr-Lern-Settings im Rahmen der Hochschullehre, die digitale Wissenschaft. Das ist eben die andere Facette Forschung, wo es eben auch darum geht, den Einsatz digitaler Medien kompetent zu betreiben. Und die letzte Facette, digitale Identität, ist etwas, was für Wissenschaftler wahrscheinlich schon immer wichtig war, in jüngerer Zeit vielleicht noch wichtiger wird. Das heißt, wie stelle ich mich denn selbst im Netz dar? Wie wäre ich als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, als forschende Person im Netz gefunden? Wie wäre ich wahrgenommen? Wie wird meine Arbeit dort eigentlich gefunden? All das steckt in dieser Kompetenzfacette drin. Damit sind sozusagen acht Dimensionen gefunden, mit denen sich dieses Konstrukt digitaler Kompetenzen recht gut umschreiben lassen. Und damit man natürlich praktisch arbeiten kann mit so einem Modell, haben wir das noch erweitert um drei Kompetenzstufen. Das heißt, um sozusagen auch eine Kompetenzentwicklung an Personen oder in Gruppen feststellen, beschreiben, erfassen zu können, haben wir uns drei Stufen diesem Modell noch hinzugefügt. Ich habe Ihnen zur Verdeutlichung hier mal die Kompetenzstufen neben diese Taxonomie von Blumen gestellt, um mal so ein bisschen deutlich zu werden, wie diese Stufen zu verstehen sind. Auf der ersten Stufe, der Stufe 1, geht es im Grunde um so Überblickswissen, Grundlagenwissen. Und auf der Stufe 2 der praktischen Anwendung, die eben auch mit dieser Blumenschen Taxonomiestufe des Anwendens korrespondiert, geht es tatsächlich um die praktische Anwendung dieser Kompetenzen im beruflichen Kontext. Das war uns recht wichtig, dieses nochmal hervorzuheben, da es oft eben so einen doch wahrnehmbaren Unterschied gibt zwischen privater Nutzung digitaler Medien einerseits und eben der beruflichen Nutzung. Privat ist diese Nutzung eben sehr oft auch unreflektiert und oberflächlich und darum ist es für die Lehre und die Forschung dann schwierig, das zu adaptieren. Das heißt, man muss sozusagen nicht nur privat in gewisser Weise kompetent sein und dort Medien einsetzen, sondern eben auch im beruflichen Kontext. Ja, und die Stufe 3, die wir hier so diesen höheren Taxonomiestufen mal gegenübergestellt haben, die Weitergabe und Anleitung anderer, korrespondiert nicht eins zu eins jetzt mit diesen drei höheren Taxonomiestufen, sondern geht in gewisser Weise ein bisschen darüber hinaus, ist auch etwas anders gelagert. Weitergabe und Anleitung anderer zielt so ein bisschen auf das, was vorhin auch in dem Leitbild digitaler Lehre angeklungen war. Das heißt, dass man selbst als Lehrende, als Lehrender eben Studierende auch dazu befähigt, eigene digitale Kompetenzen auszubilden. Diese Verantwortung für den digitalen Kompetenzerwerb von Studierenden, die soll sozusagen auf dieser Stufe 3 abgebildet sein. Ja, und diese Stufen und unsere acht Dimensionen haben wir dann zu einem Modell zusammengeführt, was Sie hier nochmal grafisch dargestellt haben. Das ist vielleicht ganz schön anzusehen, aber praktisch arbeiten kann man damit jetzt immer noch nicht und darum haben wir versucht, unser Modell in ein sogenanntes Kompetenzraster zu überführen und sind dazu eben vorgegangen und haben für jede Dimension Themenfelder versucht zu identifizieren, die festlegen, was sozusagen auf dieser Dimension eben auch inhaltlich drinsteckt. und haben dazu auch wieder Beschreibungen aus einem Modell hergenommen, was patisch stand, auch bei unserer Entwicklung, dem GISC-Modell und haben das dann gezielt erweitert und ergänzt. Das heißt, wir haben verschiedene Expertinnen und Experten befragt, haben mit denen Interviews geführt und eben versucht zu identifizieren, welche Themenfelder denn auf diesen einzelnen Dimensionen tatsächlich relevant sind. Im Ergebnis sieht das Ganze so aus. Das ist sozusagen die gefüllte Tabelle, die für jede Dimension dann jetzt verschiedene Themenfelder festlegt. Ein bisschen hervorgehoben mal die Dimension der digitalen Lehre, da es hier ja eben auch um Lehrkompetenzen gehen soll. Da stecken eben verschiedene Begrifflichkeiten drin. Was ist eigentlich E-Learning, Blended Learning, Distance Learning? Wie grenzt sich das gegeneinander ab? Dann natürlich Lerntheorien. Auch da gibt es Kenntnisse, die man haben sollte im Bereich des didaktischen Designs und der Konzeption von Lehrveranstaltungen, Blended Learning-Veranstaltungen etc. sollten Kompetenzen eben dann auch ausgebildet werden. Das geht weiter bis hin zu den Themen OER, Open Educational Resources, aber auch E-Assessment, also digital gestütztes Testen und Prüfen. Die Badges als eine alternative Form des Assessment bzw. der Leistungsmessung und Darstellung, aber eben auch Social Media, das heißt auch neue Formen oder neue Kanäle der Vermittlung spielten hier eine gewisse Rolle. Ja, dieses fertige Raster ist hier mal dargestellt, nochmal am Beispiel der digitalen Lehre. Wir sind sozusagen von diesen Themenfeldern dann hergegangen und haben für jede Dimension und Stufe versucht, eben Kannbeschreibungen zu formulieren, wie Sie das gegebenenfalls auch aus Modulhandbüchern vielleicht auch kennen. Das heißt, für jede Dimension und Stufe haben wir ausgeführt, was muss man denn sozusagen dann können und mit entsprechenden Operatoren und Schlüsselverben das dann ausgeführt. Sie sehen es hier schon mal auf der Stufe 1, die sozusagen mit diesen unteren Taxonomiestufen auch korrespondiert. Da dominieren dann eben Verben wie ich kann das erklären, ich kann das beschreiben, ich kann es identifizieren oder wiedergeben. Auf der Stufe 2, die eher so diese praktische Anwendung in den Vordergrund stellt, da geht es eben tatsächlich ums Durchführen, ums Anwenden, Entwerfen können. Und die Stufe 3, die Weitergabe an andere oder auch die Anleitung und Begleitung von Studierenden, aber eben auch von Kolleginnen und Kollegen, da dominieren dann eben entsprechend andere Schlüsselverben wie Erläutern, vermitteln, ich kann das begründen, ich kann beraten, anleiten und unterstützen, etwas zu tun. Ja, das haben wir für jede Dimension und jede Stufe dann durchgeführt und sind so zu einem fertigen Kompetenzraster geworden, was digitale Kompetenzen dann eben auf diesen Dimensionen und Stufen recht gut beschreibt. Um damit jetzt praktisch arbeiten zu können, sind wir dann von diesem Kompetenzraster hergegangen und haben daraus einen Fragebogen entwickelt, der zu Beginn zumindest recht umfangreich noch ist. Insgesamt haben wir 100 Items neu generiert aus diesen Kann-Beschreibungen. Das heißt, für jede Dimension sind mindestens sieben Items, die sozusagen diese Dimension beschreiben und haben sozusagen einen Fragebogen aus diesen Items zusammengestellt, der als Selbsteinschätzung auch genutzt werden kann. Mithilfe einer Sechser-Skala sind eben dann Lehrende in der Lage, sich einzuschätzen, indem sie diesen Aussagen, diesen Aussage-Items zustimmen. Auf einer Skala von 1, ich stimme dem überhaupt nicht zu, im Sinne von, ja, das kann ich höchstwahrscheinlich noch nicht besonders gut oder ich stimme dem voll und ganz zu. Ja, oftmals wird dieses Verfahren kritisiert, mit Selbsteinschätzungen nur zu arbeiten. Wir sind trotzdem erstmal diesen Weg gegangen, da wir davon ausgegangen sind, dass es sich bei Hochschullehrenden eben gewisserweise auch um Expertinnen und Experten für die Hochschullehre handelt und bei denen ist das eher vertretbar als bei Personen, die sozusagen auf einem Gebiet, zu dem sie befragt werden, noch gar keine Expertinnen und Experten sind. Alternativen oder Weiterentwicklungen wären hier zum Beispiel auch Testszenarien denkbar, das heißt, das Bewerten von vorgegebenen Situationen und daraus das Ableiten eines gewissen Kompetenzniveaus auf einer bestimmten Dimension oder auch eine Selbstbeobachtung beziehungsweise eben auch das Beurteilen von digitalen Werkstücken, Artefakten, Konzepten etc., die erstellt worden sind. Ich komme später darauf nochmal zurück. Ja, wie muss man sich diese Items jetzt vorstellen? Ich habe Ihnen hier exemplarisch mal drei mitgebracht, hier mal aus dieser Dimension der IT-Kompetenz. Sie erinnern sich, das war dieses Bedienen und Anwenden können von digitalen Medien, digitalen Geräten eben auch. Auf der Stufe 1 könnte das beispielsweise dann ein Item so lauten. Ich kann mehrere Funktionen einer Lernplattform beschreiben. Da haben Sie den Operator entsprechend wieder auf dieser Stufe 1. Auf der Stufe 2 hier mal ein exemplarisch ein Item aus einer anderen Dimension, diesmal die digitale Lehre, also diesen Einsatz digitaler Medien in Lehr-Lern-Settings. Da könnte ein Item beispielsweise jetzt leiten. Ich kann auf Grundlage einer Lerntheorie ein E-Learning-Szenario entwickeln. Und auf der Stufe 3, also dieser Weitergabe andere, ich kann andere bei der Projektplanung für die Erstellung von Lehr-Lern-Materialien anleiten, zum Beispiel bei der Zeit- und Ressourcenplanung oder in der Werkzeugauswahl. Das war jetzt sozusagen ein Item aus der Dimension digital produzieren, also dieser Medienproduktionsfacette. Ja, diesen Fragebogen, den haben wir eingesetzt, haben zunächst einen Pre-Test durchgeführt an der Goethe-Universität mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unseren Qualifizierungsangeboten bei Studium Digitale. Das sind Hochschullehrende, die hier an der Goethe-Universität arbeiten und dort insgesamt 90 Fragebögen ausgewertet. Und sind der Frage nachgegangen, ja wie valide ist denn sozusagen unser Fragebogen, unser Messinstrument messen. Die Items, die wir da gefunden haben, sind ja alle neu entwickelt, eben auch das Richtige und zielen auf das gleiche Kriterium. Und ja, das ist so, also bei sechs von acht dieser Kompetenzdimensionen, die sich das sehr, sehr gut nachweisen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel der digitalen Lehre mitgebracht. Also als Instrument haben wir hier die Hauptkomponentenanalyse und die Parallelanalyse gewählt, um sozusagen diese Validität nachzuweisen. Und für sechs von acht Dimensionen klappte das sehr gut. Bei zweien haben wir Unterdimensionen noch festgestellt, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ein anderes Kriterium ist eben die Reliabilität, also die Verlässlichkeit oder Messgenauigkeit dieser Skalen. Und das haben wir über Kronbachs Alpha gemessen. Und da sind sozusagen diese sechs Skalen, die auch im ersten, auf der vorherigen Folie schon zu sehen waren. Wir haben dort sehr gut abgeschnitten, also mit Werten von über 90 Prozent. Das heißt, eine hohe interne Konsistenz nachweisen konnten. Für zwei Skalen, hatte ich schon gesagt, haben wir so Unterdimensionen gefunden. Die habe ich Ihnen hier nochmal dargestellt. Diese zwei Dimensionen sind einmal diese IT-Kompetenz, eben dieses Bedienen und Anwenden. Und das zerfällt hier eben in verschiedene Unterdimensionen, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Ebenso wie die digitale Wissenschaft, also sozusagen der Einsatz digitaler Medien ebenso im Forschungskontext. Auch hier ließen sich nochmal zwei Unterdimensionen identifizieren. Aber eben auch für alle diese Unterdimensionen wurden Werte von um die 90 Prozent für Kronbachs Alpha, also für die Reliabilität festgestellt. Und deswegen waren wir sehr zufrieden mit dem Fragebogen und haben den dann auch eingesetzt, zunächst im Rahmen unserer E-Learning-Workshop-Reihe und des E-Learning-Zertifikats. Das ist ein hochschuldidaktisches Zertifikat, was an der Goethe-Universität eingesetzt wird und dort erworben werden kann. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, ungefähr 100 Arbeitseinheiten ist der Umfang. Und es müssen verschiedene Module eben besucht werden, sowohl Pflichtmodule als auch Wahlmodule. Und parallel muss eben auch so ein Reflexions-E-Portfolio geführt werden und unter anderem eben auch so ein Lehrkonzept für ein Blended Learning-Szenario und ein digitales Werkstück, das heißt in irgendeiner Form ein begleitender Kurs zu dem Konzept oder eben ein Erklärvideo oder ein digitales Quiz oder sowas. Solche Sachen müssen dann eben auch im Rahmen des Zertifikats erstellt werden. Ja, das Ganze wird, ich hatte es gerade schon gesagt, eben begleitet durch Reflexionen in Form eines E-Portfolios, was sozusagen auch nochmal Bestandteil des Zertifikats dann ist. Ja, wir haben in Form einer Vor- und Nachbefragung versucht, eben den Kompetenzzuwachs bei den Teilnehmenden dort zu ermitteln. Hier zu Anfangs mit einer recht kleinen Gruppe, aber auch hier ist der Trend schon recht eindeutig. Ich habe Ihnen hier mal die Ergebnisse dargestellt, das sind jeweils die Skalen Mittelwerte für jede Dimension, eine Selbsteinschätzung eben unmittelbar vor Beginn des Zertifikatskurses und einmal unmittelbar danach wurde eben befragt. Und der innere schwarze, ja Kreis ist es gar nicht, also dieses innere schwarze Ring ist sozusagen die Vorbefragung und der äußere, der so grau dargestellt ist, ist dann die Nachbefragung. Und man sieht an der Stelle schon, dass da auf allen Dimensionen erfreulicherweise so ein Kompetenzzuwachs tatsächlich stattgefunden hat bei unseren Teilnehmenden. Besonders deutlich ist das zu erkennen auf zwei Dimensionen. Das ist eben einmal diese Dimension der digitalen Lehre, auf die wir vorhin schon mehrfach eingegangen sind, eben der Einsatz digitaler Medien in der Lernzusammenhängen. Und eben die andere Dimension, die auch so einen hohen Kompetenzzuwachs verzeichnet hat, ist eben das digital produzieren, also das Erstellen digitaler Medien, digitaler Artefakte. Das ist für uns nicht so überraschend gewesen. Das sind im Grunde diese beiden Dimensionen, die auch so den inhaltlichen Schwerpunkt des E-Learning-Zertifikats legen. Interessanter und für uns auch erfreulicher war eigentlich, dass es auf den anderen Dimensionen eben auch so einen Kompetenzzuwachs zu beobachten gab. Und wir schieben das so ein bisschen so auf den didaktischen Aufbau des E-Learning-Zertifikats, also den Aufbau dieser ganzen Fortbildungsreihe. Das Ganze ist komplett im Blended-Learning-Format gehalten und verzahnt eben immer so das Digitale gleichzeitig eben als Inhalt und eben auch als Methode. Und dieser digitale Doppeldecker, der so diese digitale Lernerfahrung eben auch ermöglicht für die Teilnehmenden, der führt offensichtlich dazu, dass man dann auch auf den anderen Kompetenzdimensionen eben auch so einen Zuwachs erlebt. Ja, zur äußeren Validierung haben wir sozusagen auch nochmal diese E-Portfolios, diese Reflektionen, die unsere Teilnehmenden dort anfertigen müssen, angeschaut und haben versucht, über eine qualitative Inhaltsanalyse dieser Reflektionen mal herauszubekommen. Ja, beobachten denn die Teilnehmenden an sich auch ungestützt durch einen Test, so einen Kompetenzzuwachs und haben sozusagen die Inhaltsanalyse nach Meiring durchgeführt mit deduktiven Kategorien. Eben diese drei Kompetenzdimensionen, digitale Lehre, digital produzieren und als dritte Kategorie hatten wir noch die IT-Kompetenz, also dieses Bedienen, Anwenden uns rausgesucht und dort mal geschaut, beobachten denn Teilnehmende an sich auch so einen Kompetenzzuwachs. Und ja, das ist erfreulicherweise auch der Fall gewesen. Es wurden sozusagen eine große Anzahl an Textstellen eben in diesen Reflektionen gefunden, die darauf hindeuten, dass man an sich eben so einen Kompetenzzuwachs beobachtet. Am höchsten natürlich im Bereich der digitalen Lehre, ich hatte es gerade schon erwähnt, das ist sozusagen der Kern, der Schwerpunkt dieser Reihe, aber auch beim digitalen Produzieren und bei diesem Bedienen und Anwenden von digitalen Geräten, auch da wird eben so ein Kompetenzzuwachs beobachtet, der dann in den Reflektionen wieder durchscheint. Ja, hier mal noch zwei Beispieltextstellen aus diesen Portfolios raus für die Dimension der digitalen Lehre. Also die Veranstaltung hatte einen Mehrwert für mich und ich konnte den Kompetenzzuwachs hinsichtlich der Kenntnisse der theoretischen Grundlagen bemerken. Und eine andere Teilnehmerin hat eben die Definition der E-Learning-Fachbegriffe persönlich eben als sehr wichtig empfunden und das dann in dem E-Portfolio dokumentiert, was darauf hindeutet, dass sie eben da sozusagen jetzt auch Neues hinzugelernt hat und da Kompetenzen aufbauen konnte, speziell auf dieser Dimension der digitalen Lehre. Ja, aber mithilfe unseres Modells wird eben nicht nur der Kompetenzzuwachs von Teilnehmenden fassbar und nachvollziehbar, sondern man kann sozusagen auch komplette Fortbildungs- und Lehrangebote daran ausrichten. Das haben wir bei Studium Digitale zunächst mal für unsere eigenen Angebote versucht zu machen. Ich habe Ihnen hier mal so einen Auszug aus dem aktuellen Programm mitgebracht, wo sozusagen für jede dieser Angebote exemplarisch hier mal zwei dargestellt eben jetzt ausgewiesen ist, welche Kompetenzfacetten sich durch den Besuch dieses Angebots eben besonders stärken lassen. Für dieses E-Learning-Einführung sind das eben sowohl diese Analyse und Reflexion und natürlich diese Dimension der digitalen Lehre. Ein anderes Beispiel Open Educational Resources, so eine Einführung in das Arbeiten mit offenen Lehr-Lern-Materialien. Da geht es eben auch wieder um die digitale Lehre, aber eben, da wir auch so Sachen wie Open Science und Openness generell ansprechen in diesem Workshop-Angebot. Da geht es eben auch um die digitale Wissenschaft und eben den Umgang mit Informationen, also diese Informationskompetenz. Diese drei Facetten sind dann eben stärkbar dadurch. Ja, unten auf der Folie sehen Sie nochmal, wie sich das sozusagen im gesamten Angebot von Studium Digitale, im gesamten Workshop-Angebot eben verteilt. Ich hatte vorhin schon gesagt, das sind die Schwerpunkte unseres Angebots, sind eben die digitale Lehre, IT-Kompetenz und Medienproduktion, Analyse, Reflexion, so das sind diese Hauptfacetten, die eben dann am meisten in den Angeboten eben auch adressiert werden. Ein weiteres Beispiel, jetzt wird es schon international, das heißt, das wird mittlerweile auch im Ausland eingesetzt, das Kompetenzmodell. Ich habe hier ein Beispiel aus Österreich von der mittlerweile dritten Digi-PH. Das ist eine Online-Tagung der virtuellen pädagogischen Hochschule in Österreich und die haben eben so eine Online-Tagung und im Rahmen dieser Online-Tagung ist das komplette Programm eben auch an diesem Kompetenzmodell ausgerichtet. Das heißt, alle Beiträge, die dort eingereicht werden, alle Workshops, Webinare, die angeboten werden im Rahmen dieser Digi-PH, sind eben auch an diesen Themenbereichen, die dem Kompetenzmodell entsprechen, ausgerichtet. Mittlerweile zum dritten Mal, also momentan läuft sie noch bis Mitte April und in unseren Zeiten sind digitale Tagungen ja etwas, was wir wahrscheinlich häufiger antreffen werden. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Wie geht es weiter? Was haben wir weiterhin vor mit dem Kompetenzraster? Das ist nach wie vor eben Work in Progress und wir zielen nach wie vor auf eine kontinuierliche Verbesserung dieses Kompetenzrasters ab, versuchen eben den Fragebogen momentan weiter zu reduzieren. Das heißt, wir schauen, welche Items sind eventuell redundant im Rahmen unseres Fragebogens und können dann gegebenenfalls entfallen, weil sie das gleiche messen und versuchen so das Instrument weiter zu verfeinern, zu verbessern. Und ja, gleichzeitig zielen wir auf eine weitere Validierung mit einer größeren Stichprobe. Bei diesem ersten Pre-Test vorhin ging es vor allem um die Kompetenzdimensionen und bei dieser nächsten Validierung versuchen wir eben tatsächlich auch auf die Kompetenzstufen einzugehen und mit probabilistischer Testtheorie eben versuchen diese Kompetenzstufen auch nachzuweisen, ob sozusagen unser Fragebogeninstrument in dieser Hinsicht eben auch valide ist. Ja, gleichzeitig versuchen wir eine Web-Applikation herzustellen, die eben auch für den Lehrenden genutzt werden kann. Momentan ist es ein Fragebogen, der von uns ausgegeben wird, aber wir planen zurzeit im Rahmen von einer studentischen Abschlussarbeit eben auch eine Web-Applikation zu erstellen, wo Lehrende ganz individuell sich so eine Einschätzung holen können, indem sie diesen Test eben in einer mobilen Applikation machen und mit dem Ergebnis dann entweder individuell schauen können, ja welche Angebote sind denn für mich jetzt interessant, wo habe ich vielleicht gegebenenfalls noch Lücken, wo bin ich schon sehr gut und durch einen Abgleich mit dem, was ich vielleicht vorhabe in meiner digitalen Lehre dann schaue, mit welchen Angeboten ich die Lücken gegebenenfalls schließen kann. Ja, zum Schluss planen wir auch noch Interviews mit Teilnehmenden aus unserer Workshop-Reihe, wo wir auch noch mal gezielter nachfragen möchten, als das in den Reflektionen jetzt möglich ist, wo sie denn genau einen Kompetenzzuwachs erlebt haben und wie dieser Kompetenzzuwachs eben auch aussieht. Ja, soweit mein Vortrag. Ich wäre mit meinem Vortrag jetzt zu Ende. Normalerweise käme an der Stelle jetzt einen vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Das ist an dieser Stelle leider nicht möglich, aber ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht Kontakt mit mir aufnehmen und mir Ihre Fragen gegebenenfalls zuschicken. Ich bin auf verschiedenen Kanälen erreichbar über Twitter, per Mail, natürlich auch gerne telefonisch, wie auch immer Sie möchten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht die eine oder andere Frage oder einen Kommentar zu dem Vortrag haben. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Auf Wiedersehen.